So, Moin Sportsfreunde. Also, bei aller Liebe zu eurem Geldbeutel, habe ich das Geld ausgegeben und mir das hier gekauft. So, okay. Also. So, Moin Sportsfreunde. So, also, der Titel des Videos verrät es schon. Es handelt sich um die Nike Adapt BB in der Größe 10 bzw. Woman's 11,5. Ihr kriegt einen riesen Karton. Ich will euch das Ding nicht vorteilen, auch wenn es da wichtig ist. So. Also, wo ist denn hier oben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo oben ist. So, wahrscheinlich. Ja. Und das ist auch von mir, Leute. Okay. Wie klingt ich jetzt auch? Aha. Okay. Also, im Deckel habt ihr das Schwere. Euer neues Tanzbrett. Mit sogar einem USB-C Anschluss. Gar nicht schlecht. Hätte ich nicht gedacht. Also, dementsprechend ein Netzteil vom Hüttenfall. Gucken wir mal rein. Ja, leck mich doch. Tatsache mit USB-C Stecker und allen drohen dran. Also, gucken wir mal. Da kann ich noch nichts zu sagen. Bisschen dreckig. Hat wahrscheinlich schon jemand benutzt. So, jetzt der interessante Part. Die Schupe. Also, für die, die es interessiert, ihr könnt es schon sehen. Ich habe hier die Einlegesohle in der Hand. Und die Tatsache, meiner Meinung nach, saubillig ist. Aber gut für die, die selbst Einlegesohlen reinlegen wollen oder möchten oder wie auch immer. Oder sollten. Ich packe mir das erstmal wieder rein. Also, fangen wir mal an mit dem ganz normalen ersten Eindruck, wie ich ihn ja sonst auch mache. Ihr habt, habe ich ja schon mal in einem anderen Video gesagt, das Grip angelehnt an den Jordan 1. Wie gut es jetzt performen, kann ich nichts zu sagen. Ich kann nicht aber sagen, Jordan 1 war einer der Schuhe, ist einer der Schuhe mit dem besten Grip auf dem Markt. Ganz einfache Sache. Warum empfehle ich, nicht in dem Basketball zu spielen, weil er bretthart ist und es einfach nicht gut für eure Knochen ist. Aber rein Grip-technisch ist der Jordan 1er der Wahnsinn gewesen. Dementsprechend hoffe ich mal, dass der hier auch gut performt. Durchsichtige Sohle hin oder her. Muss man abwarten. Das Gummi ist relativ weich. Outdoor spielen würde ich deshalb dementsprechend nicht. Ich würde aber mit einem 350 Euro Schuh sowieso nicht unbedingt nach draußen zum Spielen gehen. Aber es muss jeder selbst wissen. Dann Dämpfung. Es steht nicht drauf. Hätte mich auch gewundert. Obwohl es jetzt, ich sage mal, das High-Class-Modell ist, habt ihr keine Zoom-Units oder sonst irgendwas. Ihr habt Tatsache Cushlon. Cushlon wie im Kyrie 4 oder in einigen Runnern von Nike. Ich habe den Schuh jetzt gerade noch nicht angezogen, logischerweise. Ihr konntet ja den Prozess sehen. Ich gehe davon aus, dass es einen ganz guten Bounce hat, aber nichts Phänomenales ist. Das muss man aber sehen. Das ist alles aber was, was ich dann im Performance-Video sagen würde, was da abgeht. Dementsprechend Cushlon grundsätzlich aber nichts verkehrtes. Der ganze Schuh, das sieht man ja auch optisch, auch wie er aufgelegt ist von der Dämpfung her und so, ist an den Kobe angelegt. Okay, das müsst ihr vielleicht wissen, vielleicht interessiert es euch. Der Typ, der Designer, der alle Kobe's der letzten Jahre designt hat, ich glaube angefangen mit dem Kobe 6 ungefähr oder sowas, hat auch diesen Schuh designt. Und ich meine, im Endeffekt, ich hole mir jetzt keinen, aber man sieht, dass das an den Kobe angelehnt ist. Das ist ja auch nicht schlimm. Dann Material, kann ich wenig zu sagen. Muss ich gleich mal anziehen, den Schuh, um euch mehr zu sagen. Fühlt sich an wie so ein günstiges Flynet, sage ich mal. Grundsätzlich nicht verkehrt, aber auch relativ unspannend, weil interessant ist ja einfach, wie ist der Typ, was geht ab, wenn ihr hier auf irgendwelche Knöpfe drückt. Und ja, insofern ich diesen Schuh zum Laufen kriege, werden wir mal gucken, was da abgeht. So, also ich habe die Zeit mal genutzt und schon mal einen angezogen. Um euch schon mal zu sagen, zum ersten Eindruck gehört ja auch ein Stück weit weg dazu, wie sitzt der Schuh. Also, verhältnismäßig schmal, wie halt einen Kobe, nicht zu schmal. Also ich denke, mit normalbreiten Füßen kommt ihr auch noch gut weg. Wenn ihr wirklich breite Füße habt, könnt ihr tricky werden, kann ich jetzt schwer was zu sagen. Und in der Länge müsst ihr wirklich aufpassen. Ich würde behaupten, also für mich, ich habe es wie immer eine 44 genommen und der sitzt für mich perfekt, sage ich jetzt einfach mal. Gefühlt. Das ist immer so eine Sache, wenn man ihn einfach anzieht und wenn man spielt, ist immer ein Unterschied. Aber ich bin wirklich ganz vorne dran. Ich würde eventuell einigen von euch empfehlen, grundsätzlich erstmal Half Size Up, also eine halbe Größe hoch zu gehen. Um halt zu vermeiden, dass ihr vorne gegen donnert. Kann ich aber schwer beurteilen. Das ist so eine Sache, ich würde euch am liebsten sagen anprobieren. Aber ich denke, bis der einfach so im Laden rumsteht, wird es noch eine Weile dauern. Jetzt kommen wir mal zu dem, was ja eigentlich hier im Botajo ist. Ich hole mir auch gleich mal ein Handy und gucke mal hier mit Smartphone App. Aber hier an der Seite habt ihr zwei Knöpfe. Wenn ihr einfach einen drückt, fängt der auch schon an zu blinken. Und jetzt wollen wir mal leise sein. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier drauf drücke. Das war fest. Jetzt habe ich ihn gespürt. Und wenn ich die andere Taste drücke, also ihr habt quasi die hintere Taste löst, die vordere Taste macht fest. Also für die, die sich fragen, kann ich auch ohne Smartphone noch Basketball spielen. Ja, so weit in der Zukunft sind wir noch nicht, dass es nicht geht. Das geht. Ich habe mich auch gerade den einen mal angezogen und festgemacht. Ja gut, ihr könnt euch damit nicht den Fuß abschnüren, würde ich mal behaupten. Aber der zieht schon gut fest. Also das ist schon ganz neckisch. Jetzt können wir nochmal gleich ins Smartphone App gehen. Weil, gut, ich weiß nicht, wie sehr man, wie wichtig das ist. Aber diese zwei Knöpfe hier, die könnt ihr auch noch zum Leuchten bringen in verschiedenen Farben. Und so ein bisschen personalisieren. Was man noch erwähnen kann, ist definitiv, dass sie sich ein Stück weit weg Mühe gegeben haben. Auch wirklich alles quasi, ich sag mal, wie Elektronik eigentlich hier so abzukleben mit diesen kleinen. Ich versuche mal hier eine zu greifen. In dieser komischen Schutzfolie. So dünn ist das, dass ich es nicht mal zu greifen kriege. Ne, hier, seht ihr, was ich meine. Habt ihr hier. Ja gut, also das Material ist okay, da kann man jetzt nicht meckern. Sieht auch gut aus soweit. Naja, ich kann gar nicht so viel mehr sagen. Ich werde gleich nochmal in die Smartphone App gehen und das nochmal irgendwie kurz, ganz kurz im Mini-Durchlauf zeigen. Und dann, ja, da muss man halt spielen und mal gucken, was abgeht. So, aber bevor ich mich noch kurz in die Smartphone App verabschiede, sag ich euch schon mal anders. Wer diesen Schuh auch hat, soll bitte auf jeden Fall irgendwie kommentieren, was sein erster Eindruck ist, ob er schon gespielt hat, was er vielleicht auch für Sorgen hat oder sonst was. Würde mich auf jeden Fall interessieren, ob er Angst hat, im Schuh stecken zu bleiben, ob er Angst hat, den Schuh kaputt zu machen, weil, ey, ich meine, 53 Euro, wenn er den Schuh irgendwie kaputt macht, das tut auch schon irgendwie weh. Oder ob ihr vielleicht Angst habt, dass die Elektronik durch zu viel Schwitzen nass wird, kaputt geht, I don't know, es gibt ja so ein paar Sachen. Schreibt es in die Comments oder bei Instagram rein oder so, ist mir eigentlich egal wo, aber ich will es auf jeden Fall sehen und lesen. Und dann werde ich mir für den Schuh auf jeden Fall ein bisschen Zeit nehmen müssen, weil ich sage mal, auch allein dieser Technik geschuldet, unter drei, vier Wochen wirklich intensiven Spielen will ich mal kein Review dazu geben. Aber es wird auf jeden Fall kommen und, ja, Leute, 350 Euro ist eine Ansage, also gerne Kommentare geben und das ist von mir. So, Sportfreund, jetzt hätte ich fast vergessen, in die App zu gehen. Hier ist die App, ihr seht es jetzt hier, ich nehme sie nebenbei auch einfach mal auf. Ihr könnt hier Quatsch machen, wie die Farbe des Schuhs ändern. Also ich nehme jetzt mal eine, so dass ihr es seht. Jetzt stelle ich den mal hier hin. So, ihr könnt hier die Farbe des Schuhs ändern. Wie ihr das wünscht und ihr könnt, das ist jetzt zum Beispiel der rechte Schuh, den zuschnüren. Ich habe ihn jetzt so eingestellt, dass wenn ich ihn quasi anziehe, dass er dann von alleine schnürt, das kann er auch. Insgesamt witzige Sache. Ich meine, ich kann meine Schleife auch selber binden, dementsprechend irgendwo auch Quatsch, aber irgendwie lustiges Gimmick. Jetzt bin ich gespannt, wie er performt, aber das sind wir dann. Nee, nee, nee. understand.